Noch gibt es keine offizielle Bestätigung für die Ermordung von Tomislav Salopek, doch alles deutet darauf hin. Unabhängig davon, der IS-Terror in Ägypten nimmt zu. Vor vier Wochen wurde das italienische Konsulat in Kairo durch einen Anschlag verwüstet und auch in Luxor gab es Tote. Der Angriff galt hier Touristen, genauso wie bei einem ähnlichen Vorfall, an den Pyramiden von Gizeh. Das Auswärtige Amt weitet seine Reisehinweise immer mehr aus, spricht konkret von der Gefahr durch IS-Terroristen. Für Kairo gilt danach ein erhöhtes Risiko. Beim Sinai heißt es, dringende Warnung vor Reisen in den Norden. Auch für die westliche Grenzregion gibt es eine eindringliche Warnung und Vorsicht in den Touristenregionen am Roten Meer. Knapp eine Million Deutsche reisten im vergangenen Jahr nach Hurghada, Shamel Sheikh oder auch nach Kairo. Tomislav Salopek hatte in der ägyptischen Hauptstadt gearbeitet und wurde vor drei Wochen vom islamischen Staat entführt. Das Auswärtige Amt warnt laut Bild-Zeitung gezielt vor Geiselnahmen von Deutschen in diesen Ländern Afrikas. Es sind inzwischen mehr als ein Dutzend. In Ägypten versprach die Regierung erneut, alles für die Sicherheit von Ausländern zu tun. Ein Versprechen mit fraglichen Erfolgsaussichten.